Was fällt bei einer Ausstellung mit so vielen Meisterwerken wirklich schwer? Aber ich habe mich jetzt für dieses Bild gestellt, weil ich ganz melancholisch wurde. Das haben wir in unserer ersten Ausstellung 1995 in unserer kleinen, hutzeligen Hinterhofgalerie gezeigt. Die Ausstellung hat kaum jemand gesehen damals. Aber das Bild ist dann glücklicherweise in der Kunsthalle Kiel gelandet und ich freue mich immer, das wiederzusehen. Oka Hamki, Other People's Blues, das ist eins meiner Lieblingsbilder.